Wir sind also in den Witherstorm gesprungen. Werden wir das Ganze überleben? Oder werden wir erbärmlich draufgehen? Das sehen wir. Let's go. Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Let's go. You shouldn't have surprised me like that. On the other hand, I'm kind of glad not to be alone right here. Just stay close, okay? Das ist so weird hier drin, okay? Wow, I recognize these people. Ich die... Herzlich willkommen zu Minecraft The Horror Game. Der Fleischer! Der Dude, der Ruben töten wollte auf dem Jahrmarkt. Erstes Kapitel. Ich glaube, sogar zweite Folge. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Boah, das ist so... Das ist so tief laut. Das ist nicht wirklich laut, das ist tief laut. Wenn es zu laut ist und man mich nicht hört, ich pitche euch das nachher runter. Kein Problem. Der Command Block von Zorin. The only one! Kannst kein Command Block zerstören. Hau doch drauf, wenn das funktioniert. Yo, ich habe gedrückt. Es sind auch neue Batterien im Controller, ja? Falls ihr euch wundern solltet. Wir müssen den Befehl... Ja, wir müssen den Befehlsblock zerstören. Let's go! Vollstes Konzentration! Hu hu hu! Jetzt wird's spannend. Ist das schon der Final Boss? Ich weiß es nicht. Bye! Jo, das ist das Herz. X! Y! Hoch! To be honest, Betrug. Ich habe nach oben gedrückt. Ja. X! Y! Und nach oben. B! Nächster Hit. Komm mal, einen schaffen wir noch. No! Bitte was? Ich muss da hoch. Also jetzt ist es ja oben. Mein Gott, Leute, 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 Leute. Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen. Die sind nicht getchantet. Swing toward the command block. Das wird nix. Stay here, Ruben. I mean it this time. Okay, okay. Prediction, wir sterben. Das ist ein Wither Cop? In dem Ding innen drin. Oh mein Gott, was? Ja, lol. Ja, lol. Da geht es ein bisschen tief runter. Ich habe Höhenangst. Ich bin davon nicht so überzeugt. Ich nicht. Ach so, aber du kommst ja doch nicht mehr raus. Alles gut, Ruben. Wir machen das jetzt. First try. Auf, weil wir schon mal gestorben sind. B! Oh, lol. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Halt dich fest. Oh mein Gott. Ey, hört auf, solche Sequenzen zu machen. Ruhig. Nein. Das Schwert. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ruben, komm, komm. Bitte, bitte. Du schaffst es, Ruben. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Komm schon. Du schaffst es. Let's go. Yes. Komm. Ruben, for the power. For the power. Jump, I'll catch you. Das ist einfach das Superschwein. Ich sag's euch. Nein, nein, nein. Okay. Aber er ist tot. Nooo! Ah! Pfff! Yes! Bam! Ich glaube, ich war ein bisschen zu laut. Es tut mir leid. Ah! 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 Wo ist Ruben? Wo ist Ruben? Ich glaube, ich glaube, er war mit dir. Ich glaube, er war mit dir. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Du erinnere mich? Ich erinnere mich alles. Oh, Petra. Ich bin so glücklich für dich. Ruben! Woo! Ja, ich kann ihn hören. Ruben! Ruben! Oh, der tut mir so leid. Oh, nein. No. Ruben. Ruben. You're gonna be fine, you hear me? Come on, Ruben. Say something. Es ist okay, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Jesse, ich bin... Ich bin so sorry. Er war ein großartiger Pigg. Gott h 분들은 einmal. Ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jesse, diese Nether Star ist alles, als die Witherstorm wurde verletzt. Würdest du bitte die Ehren? Oh Mann, das wird so cool. Oh Mann, das wird so cool. Ich bin jetzt bereit, zu Ihnen... ...die New Order of the Stone. Und so ist es, dass ein neue Ordnung der Steine war. Eine, die nur die Anfangs-Allein war, nur die Anfangs-Allein. Für, wenn die Welt geholfen und die Kommand-Block verletzt wurde, gibt es viele mehr Welt als nur dieser Welt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Spiel eine sehr gut gelungene Story hat. Ich muss sagen, die Story ist einfach nur episch gehalten. Wirklich grandios gemacht. Der Schluss war ein Game of Thrones-Moment, als der Wither besiegt wurde. Story-technisch hat dieses Spiel alles je dagewesen übertroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel hat eine sehr gute Story. Es gibt noch mehr Episoden, wir werden die auch spielen. Aber jetzt erstmal die Credits. Vielen Dank an all diese Leute, die die Strapaz auf sich genommen haben, dieses Spiel zu entwickeln. Ich bin mir sicher, dass das nicht leicht ist. Klar, es ist alles gescriptet, aber es ist trotzdem einfach eine Hammer-Story zu erleben. Ruben, wir werden dich niemals vergessen. Magnus, wir werden dich niemals vergessen. Das war echt episch. Also ich muss, ich muss, ich will, ich, also, 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 ich, ich muss sagen, also ich hätte, ich hätte mit so einem Ende einfach nicht gerechnet, dass es doch so episch ist, bei einem relativ, es ist kein AAA-Titel, es ist ein relativ unbekanntes Game. Ich hätte nicht gedacht, dass die Story da noch so viel rausholen kann. Für Ruben, Leute, für Ruben. Es war ein, ein mega Erlebnis. Die Story war einfach gut ausgearbeitet. Gameplay. Lassen wir das Gameplay weg. Es hatte nicht wirklich Gameplay-Elemente. Hier habt ihr auch nochmal die Sprecherräume. Paul Rubens hat Eiwoll gesprochen. Ah, ja. Genau. Wir setzen dann in der nächsten Folge die Reise in Episode 5 fort. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn der hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020